Hallo und ein herzliches Willkommen zurück meine lieben Freunde hier bei ZEIT ON THE ADORANCE WARFARE Ja wir haben einen neuen Freund, unser alter Bekannter Gideon hat die Seiten gewechselt. Im letzten Part haben wir die Fracht natürlich gesichert, haben sie zu uns in die Hände gebracht. Wir haben zwar viele Probleme, aber wir haben es geschafft mit Gideons Hilfe und hatten ein paar wichtige Informationen. Mal schauen was er so für uns hat und was die nächste Mission ist. Schauen wir mal rein. Das ist Manticore. Ein biologischer Wirkstoff, der auf spezielles Erbgut abzielt. Wenn deine DMS-Signatur nicht in der Atlas-Datenbank steht, bist du tot. Das heißt, wenn er das Zeug im Kampf freisetzt, überleben seine Leute und wir sterben? Genau, der Kontakt mit nur einer Spure ist tödlich. Schutzanzüge sind nutzlos. Ist es einsatzfähig? Keine Ahnung. Aber wir haben hier diese Probe von ihm. Also könnte er es auch schon industriell produzieren. Wenn ja, brauchen wir die Infos. Wann und wie. Nur so können wir Ions aufhalten. Das Problem ist, Atlas hat dutzende Standorte für Massenproduktion. Bis wir den richtigen finden... Gideon kennt den Stator. Du sagst, du vertraust ihm? Wir brauchen ihn für die Mission. Wir haben keine Wahl. Das Ziel ist eine alte Holzfabrik in Bulgarien. Wir schließen dann am Treffpunkt mit Kormick und seinen Leuten auf. Drei Minuten bis zum Ziel. Nein. Du hattest recht wegen Ions. Ich muss es wohl akzeptieren. Besser jetzt als nie. Wenn du nicht wärst, würden wir noch im Dunkeln tacken. Wie in alten Zeiten, ne? Und schon gibt's die nächsten Probleme. Wir werden schon gleich wieder abgeschossen. Bio-Labor Stranger Bulgaria. Exotope Spitzerliste Einsatzschild Overdrive Tarno. Oh, Tarno. Wir können uns so nicht mehr machen. Ja. Und wir sind dann schon wieder hier im Feuer. Im Lauffeuer. Angeschossen. Röhren sind sie. Vereilung. Muss ich rennen? Ja, ich muss rein. Hab's verstanden. Oh, oh. Oh, oh. Nicht in das Schussfeld des Scharfschützen. Ey, da ist noch. Warte mal. Warte mal. Ich will den kurz mitnehmen. Danke. Ach, du laufst schon. Ey. Welcher Scharfschützer? Ach, der oben auf dem Ding ist wahrscheinlich, ne? Keine taktische Granaten mehr. Ah. Gib Gas. Gib Gas. Los, los, los. Ja, ich komm noch hinterher. Keine Angst. Schnell, 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 schnell. Der Heck, die soll man in die Computer finden. Ja, klar. Ihr seid zu Helden. Und ins Wasser. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Ja, da sind wir doch voll langsam. Der schießt uns doch voll ab. Das war knapp. Komm, 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 raus hier. Exo fährt noch hoch. Er fährt immer noch hoch. Das ist doch scheiße. Kreiß dein Heli. Komm schon. Dann lass mich hier hoch. Ja, ich darf nicht hoch, hä? Hier rauf. Ist nicht wahr. Du bist ein Held. Bewegung. Bewegung. Ich komm doch. An die Wurzeln. Fertig. Los. Warte. Nein. Komm schon. Na komm. Exo bereit. Tarnung. Tarnung, okay. Unsichtbar. Schnell. Hoch. Bams. So geht das. Der Heli zieht ab. Wir können los. Wie sie auf meine Signatur synchronisieren. Sein Feind nähe langsam. Sie dürfen dich nicht hören. Ja. Da sind die Drohnen, hä? Drohne. Nicht bewegen. Leise. Die scannen aber nicht gut. Leise. 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 Da war ein Tier. Leise. Pssst. Seid mal leise. Das Ding ist weg. Kein Problem. Geh. Auf die Energiezellen achten. Okay. Bewegung leert sie. Okay. Patrouillen herzig. Übernimm den vorne. Jetzt langsam. Okay. Na, Kampf. Bams. Den hast geschluckt. Na, küscht du den Baum, hä? Oh, oh. Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Wir haben keinen Schalldämpfer. Sentinel 2.1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht, benötigen sofortige Evakuierung. Okay. 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 Aktivität. Eindeutig. Den umbringen. Okay. Nee. Ich bringe ihn nicht um. Oh, fuck. Die Tarnung geht bald weg. Komm, Gideon. Los. Bring ihn um. Leise. Leise. Okay. Dann laden wir kurz auf. Okay. Wieder unsichtbar. Sturmladung platzieren. Zack. Wuhu. Und Nackervangriff. Bams. Küsst die Tür. Lecker. So, zwei weniger. Spitze. Nu? Dass die Freunde nichts merken. Klar. Zählen mir nur nichts. Ich komme dir. Ich komme dir hinterher. Aufladen. Aufladen. Okay. Und wieder unsichtbar. Okay. Los. Los. Bestimmt gleich die Ladung nachher zünden hier. Mach es einmal rums. Konvoi voraus. Moment. Tarnung aufladen. Okay. Ich bin in der Deckung. Mit dir. Steck mich hinter dir. Oh oh. Da kommt ein paar große. Guck nicht zu mir. Guck nicht zu mir. Guck nicht zu mir. Guck nicht zu mir. Hallo. Was haben die vor? Wo laufen die hin? weiter. Wir sind fast da. Aber nur fast. Komm. Schleich, schleich, schleich. Schleich weiter. Oh, da kommen wir da ein paar. Oh, fuck. Suche. Dagegen ist Tarnung nutzlos. Weich dem Strahl aus. Ist nicht wahr. Ich verstecke mich hinter dir. Warte, bis die Patrouille durch ist. Kein Problem. Wenn sie dich sehen, sehen sie mich auch. Ganz einfach. Auf den Strahl achten. Ja, ich bin hinter dir. Wenn, dann sehen sie dich als erstes. Vogel. Okay, los. Tja. Ja, ich warte doch. Okay, jetzt. Okay. Wow, lass mich durch. Vogel. Ich muss aufladen, hey. Okay. Lass mich runter. Aufladen. Lass mich kurz aufladen. So, wir können. Wir sind durch. Weiter, 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 weiter. Schnell. Bloß nicht rennen. Geh die Tarnung weg. Und nun, wo gehen wir hin? In das Labor. Das sind unsere Freunde. Na? Auch hier? Ja, ausrüsten. Ja, ausrüsten. Nox, zeig's Ihnen. Boah. Dann lass uns losgehen. Warum krieg ich kein Seil? Ihr seid ja gemein. Ohne mich. Ich will auch die Action haben. Und den Spaß. Den Spielspaß. Oh ja. Los geht's. Geiler Scheiß. Gute Aussicht. Wir müssen runter. Holografische Bäume. Ganz geil. Ich sollte mich unsichtbar machen. Oh. Scan Kameras. Ziel gewählt. Gut. Weiter weiter weiter. Dann laden wir so lange auf. Sturmladung platzieren. Gut. Mach ich. Bin dabei. Auf die Plätze. Fertig. Und. Los oder? Gut. Los. Das wart ihr. Ihr Kollegen. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Das da. Das war im Gang. Ausschalten. Warte. Ich lasse mich erstmal tarnen. Hab's ausgeschalten. Ja. Wenn ihr es nicht macht. Wir haben das Zielgebäude infiltriert. Und dringend zum Serverraum vor. Verstanden. Empfangen starken ISR-Feed. An den Plan halten. Verstanden. Gibt das sicher ganz viele PCs. Die übersehe ich alle. Was soll's. Er braucht schon PCs. Ich gebe Deckung. Okay. Ich gebe Deckung. Rein, oder? Gehen wir rein. Ich gebe Deckung. Das ist es. Mitchell. Geh vor. Mach mich kurz unsichtbar. Schon gut. Sicher. Den hätte ich auch erschießen können. An die Konsole. Nein. Sicher noch ein PC, oder? Okay, doch nicht. An die Konsole. Dann benutzen wir mal die Konsole. Gucken, was hier vor sich geht. Durchsuchen. Laufwerke, Daten. Alles Interessante. Ihr kennt das ja. Kingpin, starte jetzt die Analyse. Uplink, folgt. Bereit zum Empfang des Pakets. Nicht das da, Opa. Die beiden da drüben. Los, los, los. Alles mitnehmen, was hier gibt. Wir haben das Paket. Übertragung. Uplink bestätigt. Okay. Abfackeln. Termin. Los geht's. Alles kaputt machen. Wir laufen mehr als nur Biowaffen. Ja. Damit kriegen wir eins. Alles klar? Oh ja. Paket empfangen. Gut gemacht. Weiter mit Sekundärziel. Verstanden. Rück uns zur Chemie, Fabrik vor. Hey, ich verstecke mich hier. Okay, ich komme. Alles abfackeln. Und los. Scheiße. Nicht gut. Ja, jetzt geht's wieder los. Schießerei. Ja, dann gucken sie erst. Wieder raus, wenn ich... Oh, große. Granate. Da ist eine Granate, Mann. Du Arsch. Stirbt. Ziel ausgeschaltet. Ziel ausgeschaltet. Hey, kann man sich überhaupt verstecken. Was soll denn das? Nicht toll. Ja, Gideon. Renn mir ins Schussfeld. Oh ja, Gideon. Du bist echt... Oh, Knox. Du rennst mir auch ins Schussfeld. Oh. Sensor ist aus. Sensor ist aus. Oh, Granate. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. Stirbt. Stirbt. Komm hier durch. Los, Jungs. Ziel ausgeschaltet. Gideon. Renn mir nicht ins Schussfeld, hab ich gesagt. Mann, Mann. Sie dürfen uns nicht festnageln. Sensor aus. Da ist nochmal ein Sensor. Sensor aus. Sensor ist tot. Da sind sie überall. Ziel ausgeschaltet. Da kommen sie. Los, 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 Jungs. Weiter. Kontakt unter uns. Unter uns. Sensor ist aus. Sie sind tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der schießt von hier drüben. Geh, lass mich hier durch. Ach. Da ist jetzt ein Feind, oder? Oder ist das jetzt ein Freund? Geh dir hin. Du schaffst das. Oh, hier sind ja alle. Sag das doch. Los, los, los. Weiter, 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 weiter. Da warten sie wieder. Oh. Du Ratte. Das ist toll. Da schießt der noch nicht. Von. Los. Los. Bombe. Bäm. Oh, geht hier hin. Was machst du hier mal her? Was machst du schon da vorne? Schlagel kaputt. Los, los, Jungs. Wir müssen runter. Wir sind hier. Platzieren. Bios Park registriert Giftspuren aus diesen Kanistern. Granate. Scharf machen. Ladung platzieren. Riegeln wir hier ab. Bin dabei. Folge. Alle raus. Mitchell, leg los. Spams. Oha. Dann mal los, Jungs. Zu heiß. Zu viele Gegner, hä? Ach du Scheiße. Lass meine Fahrer erledigen. Na, ihr kleinen Ratten. Du versteckst dich da immer noch. Versteckt immer noch dahinter. Er stirbt doch jetzt endlich. Geht doch. Dann lass uns weiter. Los, 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 los. Oh. Ah, da. Was? Mikrowellengranate? Was ist das? Farsch mich. Erstmal Kattenwaffe erledigen. Fang. Schenk ich dir. Ich brauch eine neue Waffe. Mikrowellengranate. Nicht gut. Ist hier was? Die kamen überall hinten rum. Natürlich auch toll. Raketenwerfer. Ja, die laufen alle gleichen Weg, hä? Folgen mir. Das sind ja noch gute Leute. Raketenwerfer erledigt. Einer lebt noch. Wie halten die denn aus? Wir halten schon ein paar Schüsse aus. Oh, Granate. Komm, geh hoch. Granate. Ist jetzt auch hochgegangen. Okay. Ist hier jemand. Los, 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 los. Jungs. Ach, du Scheiße. Brauch Muni. Boah. Fang. Fang. Schenk ich dir. Na, mein Freund. Hier, schenk ich dir. Na, geht mit dir. Nicht viel mehr, hä? Ey, du. Fang. Also, kurz Muni sammeln. Hier, fang. Oh, oh. Mach die Tür auf. Ja, das warst du, hä? Datumgehung. Deckung geben. Ich hab Interferenzen von dem Signalkodierer da oben. Das machst du, Mitschen. Ein Störer an die Schüssel. Sie kommen. Deckung geben. Na? Na? Ja, toll. Der eine war für Granate. Der versteckt sich irgendwo da hinten. Such eine Leiter. Ach, da oben muss ich hin. Sagt es doch. Bin schon unterwegs. Platziere. Störer. Das Signal ist da. Das hab ich in einer Minute offen. Oh, das ist ja. Ich komme. Ah, meine Fresse. Die sehen genau alle gleich aus. Nicht so schön. Warn. Ah, kann ich. Bin da. Mach zu. Lass uns weiterziehen. Lass uns weiterziehen. Los, 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 los. Wir müssen hier raus. Zum Hangar geht es hier durch. Alle Sicherheitsdienst zusätzlich hoch. Oh, ey. Sie ist kommen. Kommt noch viel mehr. Rot, rot in allen Sektoren. Okay. Ich kann mir jetzt nicht erzählen, dass hier alles ruhig hier läuft. Da ist der Panzer. Raum, sichern. Raum, gesichert. Sicher. Unser Gefährt. Nox, versuch es zum Laufen zu bringen. Los. T-740. Noch ein Prototyp. Kann nicht so anders als ein 600er sein. Dann geh mal rein. Komm. Leg los. Wir wollen hier abhauen. Startvorgang. Yeah. Juhu. Hand hoch. Wer kann das Ding steuern? Ich. Mitchell und ich sind an 600ern ausgebildet. Diese Triebwerke sind neu. Abbruch. Ja. Ja. Dann geh mal rein. Yeah. Juhu. Wie im Training? Welches Training? Wachensysteme online. Haha. Fahr raus, Mitchell. Okay. Drücken Sie vier. Gorn die Person, um zu wechseln. Okay. Es ist aus Fähr. Feuern, wenn bereit. Feuer. Schäden gegen die Infanterie einsetzen. Okay. Überfahr ihn. Infanterie überall. Müssen wir durch. Ah, wir haben ein Panzer. Wir rasen hier durch. Na? Hier. Lappen. Kek euch alle. Oh. Okay. Was macht das? Infanterie fahr auf. Okay. Infanterie. Das war Infanterie. Oh shit, Heli. Panzer nähert sich. Auf Raketen wechseln. Panzer. Panzer ausgeschaltet. Aha. Aha. Ein Heli ist zu einer neuen Landezone unterwegs. Ankunft in zwei Minuten. Okay. Foxtrot. Whisky. 0, 5, 3, 9, 1, 0. Verstanden. Koordinaten bestätigt. Warbird. Linke Seite. Da machen wir ihn kalt. EMP auf die Luftraube. Die heizen uns hier ein. Nochmal feuert. Die heizen uns hier einen Scheiß ein. Da machen sie kalt. Warbird ist erledigt. Warbird ist erledigt, Mann. Genau. Ja. Ups. Da. Ich hab sie doch gesehen. Da hinten hocken sie drin. Das waren sie. Muss da lang, hä? Na, wo sei? Hockt ihr noch, hä? Kleinen Kack-Camper. Da rechts. Über den Fluss. Über den Fluss. Ja, ich bin dabei. Schnell, schnell, schnell. Panzer kommt. Die Landezone müsste gleich hinter diesen Kaufsseins. Warbird nähert sich. Oh nein, nicht gut. Wo ist der Warbird? Seh nicht. Erstmal hier, Infanterie. Schau bald auf. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wo ist der Warbird? Wo ist die Ratte? Panzer, kommt die Straße runter. Ach, du Scheiße. Bäm. Bäm. Erstmal hier. Das Leinzeug erledigen. Ah, wir kriegen das alles hin. Noch mehr Infanterie. Noch mehr Infanterie. Ich hab's verstanden. Und noch mehr. Wir machen den Panzer kalt. Guter Schuss. Ich seh ja nicht mal. Ich hab ihn. Auf den Panzer. Auf den Panzer. Ich hab ihn. Da ist ja nochmal einer. Nein. Das war's. Alle raus. Bewegung, Bewegung. Der Panzer ist kaputt. Verdammt. Dann los. Wir müssen hier weg. Hopp, hopp, hopp. Mach auf. Einsteigen, einsteigen. Darf nicht. Da bin ich rein. Geht doch. Drinne. Evakuieren. Alle da. Vier. Alle da. Vier. Du kannst bis vier zählen. Gut. Halten. Scheiße. Hätten ihn schrotten sollen. Hint ihr einen Schritt voraus. Yeah. Gut gemacht, Soldat. Sobald das entschlüsselt ist, ist Atlas Geschichte. Evakuierung abgeschlossen. Ab nach Hause. Dann ab nach Hause. Da sind wir gut davon gekommen. Abgeschlossen. Biolabor. Die Manticor-Bestände wurden neutralisiert. Und sie haben Informationen geborgen, die die Welt, äh, die Position von Irons Massenvernichtungsfabrik offenbaren. Oh, ja. Wir sind wieder einen Schritt näher zur Vernichtung von Atlas. Und ja. Wie es weiter geht, werden wir im nächsten Mal rausfinden. Lasst die Bewertung da und schreibt mir, wie es euch so gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020